Ich bin zu selten hier. Schade, ich hoffe das endet sich. Dann muss ich wieder nach Hamburg ziehen. Bitte. Wir wollen den Starnbrücken wenden. Ja, aber 50 können wir einfach bei uns. Stimmt, ist auch mal. Stimmt, ist auch mal. 5,75 Euro. Wollen Sie die weg? Gerne. Ja, das wird nicht. Der Steinbrück. Okay, alles Gute. Oh, hier sind Sie hier. Sehr gut. Alles Gute. Dankeschön. Ich würde jetzt einmal noch kurz, Herr Steinbrück, durch die Blume sagen, was sich von Frau Özes halten bei den Blumen. Frau Özes, die neben Ihnen steht. Weil Sie jetzt auch unterstützen hier. Und wir kommen auch schon immer sehr interessiert, wie gut unsere SPD-Kandidaten hier verfolgt. Ich schätze, Herr Eilert, mal ausgesprochen. Wir kennen es seit der Zeit. Es ist nämlich die erste Veranstaltung. Ich freue mich, dass Sie mit einem wirklichen Hintergrund hier in Wandsberg hier kandidiert. Ich meine, dass es so wichtig ist, dass wir die ganze Anbreite unserer Türken auch im Parlament abbilden. Ich habe schon ein paar andere Gelegenheit gesagt. Auch in Verwaltungen, Schulung, Ausbildung, auch Polizei. Dies ist erforderlich. Macht vielleicht sogar eine besondere Bedeutung, wenn die auch noch mehrsprachig sind. Ihre eigene Muttersprache wäre ja schon Deutsch. Und ich bin sehr froh, dass einer und auch die SPD-Parteien verstanden ist, auch um das zu repräsentieren und einzubringen. Sie ist eine Frau, die leicht auf Menschen zugeht, die Sympathie weg und Sympathie ausschalten. Kann die SPD immer gut gebrauchen, ne? Ja, mehr als das. Sie, aber insbesondere auch andere auch. Die SPD ist relativ fortgeschritten, auch Frauen stärker in Führungspositionen zu bringen. Alleine als Stellvertreterin sind mit ihr ja auch noch andere, insbesondere die Manuela Schwesig in führende Position der Sozialdemokratie. Und der Weg geht sicherlich weiter. Vielen Dank! Und froh bei der Schleck!